Wie macht man aus früheren Bergbaugebieten blühende Landschaften? Der Osten Deutschlands hat große Pläne. Kultur 21 besucht die Lausitz nach zehn Jahren Umgestaltung. Jahrhunderte wird hier in der Lausitz Braunkohle gefördert. Meine Reise führt mich durch einen Landstrich ganz im Osten Deutschlands. Bilder jagen durch meinen Kopf, keine 20 Jahre her, von emsigen Baggern, Kumpels und niedergerissenen Dörfern. Heute wird kaum noch gefördert, geblieben ist eine zerstörte Landschaft. Ich treffe Rolf Kuhn, der aus dieser Region ein Paradies gestalten will. Es war natürlich zunächst eine wirklich große Depression zu spüren. Man hatte die Arbeit verloren, der Nachbarort war abgebackert, hier sah es wüstenähnlich aus und dann fühlt man sich nicht besonders gut. Von daher war es wichtig, dass mit dieser internationalen Bauausstellung nicht nur eine neu nutzbare Landschaft entstand irgendwann, vielleicht 2020, sondern dass man relativ schnell neue Hoffnungszeichen setzte. 30 Einzelprojekte hat sich die IBA ausgedacht, um der Lausitz ein neues Gesicht zu geben. Wie zum Beispiel den rostigen Nagel, 111 Tonnen Stahl, die mich an eine Tagebaumaschine erinnern. Wo früher Tristesse herrschte, ist mittlerweile ein Touristenort. Denn von oben wird sichtbar, wie die Zukunft der größten Landschaftsbaustelle der Welt aussehen soll. Wasser, soweit man sehen kann. Hier wird in einigen Jahren die größte künstliche Seenlandschaft Europas entstehen, mit dann 30 gefluteten Tagebaugruben. Bewohnte Seen mit schwimmenden Häusern. So die Vision. Ich treffe auf Gerold Schellstede, der bereits ein Seehotel gebaut hat. Noch ist allerdings kein See vorhanden. Das wird wohl noch fünf Jahre dauern. Ja, also wenn man hier zur linken Hand mal schaut, so ein bisschen rückwärts, dort entsteht der Hafen. Und es entsteht hier auch noch in den See hinein reingebaut eine Mole, wo also bis zu 140 kleine Schiffe oder Boote anlegen können. Eine kühne Vision. Aber der Hotelier hat noch mehr in Petto, um die Touristen in die Lausitz zu locken. Ähnlich der künstlich geschaffenen Seenlandschaft hat er ein Museum eröffnet, das nur aus Fälschungen besteht. Hier eines der teuersten Bilder überhaupt. Gustav Klimt, 135 Millionen auf der Versteigerung erzielt. Und hier kommen wir zum Bild aller Bilder, zur Mona Lisa. Ich glaube, dazu braucht man weiter nicht viel erklären. Nach so viel Künstlichkeit ist mir wieder der Sinn nach der staubigen Realität. Direkt vor dem Hotel beginnt ein Marsch durch eine bizarre Wüste. Unsere Wanderung heißt Reise zum Mars. Hier sehen wir ganz schön eine Bergbau-Zwischenlandschaft, die ähnliche Verhältnisse hat, wie wir sie auf dem Mars vorfinden. Wir haben leider in diesem Teil des Bodens keine Mineralien vorhanden und auch keine Mikroorganismen. Dadurch ist eben dieser Boden biologisch tot. Aber in 15 Jahren soll sich der Boden wieder erholt haben. Ein bisschen skurril ist es für mich schon, auf dem zukünftigen Grund eines Sees zu sitzen und zu speisen. Nicht weit entfernt treffe ich Ulrike Rote. Vor fünf Jahren zog sie ins Dorf Prietzen, das eigentlich abgebaggert werden sollte. Bald soll ein gefluteter See das Dorf von drei Seiten umschließen. Umgeben von einer Kunstlandschaft, die eine heilende Wirkung auf die Dorfgemeinschaft hat. Wir sind quasi auf der gelben Rampe und ich finde immer, das ist ein ganz besonderer Ort. Also nicht nur wegen des Ausblickes, sondern wenn man eben auf der einen Seite hier die Findlinge hat aus der Eiszeit, das steht für die Lausitz. Und auf der anderen Seite die Tagebauplatten von den Straßen, von den Bergbaustraßen, wo ich denke, das ist ein starkes Zeichen für den Tagebau. Und das alles zusammen als gestaltet oder gesetzt ist eigentlich wirklich so, dass man merkt, hier ist ein besonderer Ort, ein kraftvoller Ort. Und ja, hier muss man einfach mal zur Ruhe kommen und still sein. Zum Abschluss meiner Reise fahre ich zu F60. Der größten beweglichen Maschine der Welt, auch als liegender Eiffelturm bekannt. Der Touristenmagnet der Region, wie mir Olaf Umbreit erklärt. 500.000 Besucher im letzten Jahrzehnt. Früher hat er hier selbst gearbeitet. Heute ist die F60 das Symbol für die gigantische Umgestaltung der Lausitz. Zehn Jahre IBA ist ein großer Zeitraum gewesen, der uns natürlich auch mit befördert hat. Und wir werden auch die Zeit nach der IBA hier noch gestalten. Und wir werden versuchen, mithilfe dieses Industriedenkmals auch die Leute auf die Geschichte des Bergbaus hier in Zukunft auch noch aufmerksam zu machen. Die Lausitz. Zehn Jahre IBA reichen noch nicht für blühende Landschaften. Aber alleine dieser Blick ist schon eine Reise wert. Musik 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 Musik